Guten Morgen, heute ist schon ein ganz ganz früher Tag, wir haben nämlich 5.38 Uhr und heute ist mein Kontrolltermin, denn es sind jetzt genau sechs Monate nach der zweiten OP vergangen und heute geht es ab in die Röhre, Kernspintomographie und da werde ich jetzt gleich hinfahren. Dann geht's mal los! Bis zum nächsten Mal! 7.35 Uhr, jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause, jetzt werde ich erst mal was frühstücken, danach geht's auch schon weiter. Ja, so sieht's aus.